Hallo ihr Lieben, wir waren in Rain First Reserve. In der Landinfo steht, dass das ein Naturschutzgebiet ist und der Öffentlichkeit frei zugänglich. Es gibt eine Vielzahl von befestigten Wegen, die durch den Wald führen und unter anderem kann man auch mit dem Kajak die Sim erkunden. Wir haben ein paar schöne Aufnahmen gedreht, die wir uns jetzt einfach mal anschauen. Film ab. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020